Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Drivers, in diesem wunderschönen McLaren im Schnee in den Bergen. Sieht das nicht schick aus hier? Ganz ehrlich, das ist doch mal was. Schneeberge und der Schnee bleibt liegen, nicht so wie bei uns. Ja, wir müssen noch zwei Sachen schaffen, nämlich einen Einzeldrift über 201 Meter und eine Sprungdauer von 3,8 von 10 Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir versuchen erstmal das mit dem Gift. Ich weiß nicht, ob ich da einen extra langen Abschnitt suchen muss oder ob wir auch einfach auf einer normalen Kurve das mal machen können. Und ich weiß auch nicht, wie viel Gift da genau wirklich dran sein muss. Okay, das waren glaube ich 46 Meter. Also 200 Meter scheint schon ganz schön viel zu sein. Da muss ich mal gucken. Wir müssen uns dann ja mal einen Streckenabschnitt suchen, wo wirklich eine lange Kurve auch am Start ist, weil... Sonst wird das glaube ich schwierig. 200 Meter! 200 Meter sind eine Menge. Wo kann man das machen? 62 Meter, das war ja noch nicht ansatzweise. Also da muss ich mal auf die Karte gucken. Keine Ahnung, wo man so lange driften können soll. Ähm... Wir brauchen eine ganz lange Kurve. Das ist eine alles normale Kurve und ich kann das gar nicht einschätzen, was da geeignet ist. So eine enge Kurve eher nicht, sondern wir brauchen eine langgezogene Kurve. Eine, die richtig lang rum geht. Ah, ich weiß nicht. Ist schwierig. Sowas wie da unten vielleicht, oder? Weiß nicht. Aber das kann ich auch nicht einschätzen. Oder halt... Oder so eine hier. Sollen wir das mal versuchen, da hinzufahren? Wie kann ich mir denn da... Ich kann da eine Route hinlegen. So. Also wir versuchen da natürlich auch unterwegs das Ganze, aber... Ich denke mal, wir brauchen da schon eine spezielle Kurve, wo man wirklich mal lange driften kann. Nein! Oh, ich wusste es ja. Ich sehe die immer so spät. Ich achte da auch nicht drauf. Der scheiß Verkehr, ey. Aber vom Sound her ist der ziemlich geil, oder? Müsste er doch mal zugeben. Vielleicht sollte ich dann halt auch eher einen Wagen nehmen, der viel driftet. Aber es geht theoretischer mit jedem Wagen. Nee, ich will dich gar nicht verfolgen. Hau ruhig ab. Wollte ich gar nicht. Danke. 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 Einzel-Drift über 201 Meter. Alter Schwede. Also von den Kurven her scheint die Strecke hier schon ganz gut. Da waren ja schon einige lange Kurven. Du musst halt auch ganz, ganz wenig Driftwinkel haben und sowas Das wird schwierig, gell, hier zum Beispiel Die Kurve dann Ja, so natürlich nicht Okay, aber ich glaube, theoretisch müsste Die Kurve schon ganz gut sein Wir müssen natürlich viel Anlauf haben und wir müssen auch Gut um die Kurve kommen, wirklich weit außen driften Ja, wir versuchen das jetzt einfach mal Bei der Kurve, ich glaube, die kann geeignet sein Dafür, aber ich bin mir nicht sicher Wäre natürlich schön, wenn dafür erstmal Die Strecke frei wäre Können die nicht mal absperren? So, ich repariere erstmal Hände ich mal wieder ein bisschen frisch Das Auto So, und jetzt versuchen wir das mal Könnte schwierig werden Wärten wir wahrscheinlich öfters versuchen müssen Ich weiß auch nicht, ob die Kurve generell dafür geeignet wäre Das wird sich zeigen müssen Doch, das war's schon Jawohl Die Kurve war sehr geeignet 201 Meter ohne Probleme Hätte ich auch noch viel mehr schaffen können So, jetzt ist nur Sprungdauer gefragt Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf die Karte gucken Und Sprünge suchen Ähm, bbbbb Sprünge, 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 Sprünge Da Wo haben wir hier den nächstgelegenen Sprung? Da sind irgendwie welche, aber Irgendwie auch nicht so richtig Da sind welche, die ich anscheinend benutzen kann 109 Meter 80 Meter 97 Meter 78 Meter Wo waren denn diese mit den ganz, ganz, ganz weiten Rampen? Da waren doch irgendwo welche, die so ganz krasse Rampen hatten 4, 47 Meter 62 Meter Ich gucke gerade nach welchen mit ganz langen Meterangaben 70 Meter Ich glaube, das weiteste war dann doch 109 bis jetzt Ne, da 148 Da wollen wir hin Ist weit weg, glaube ich Aber egal Wir haben ja Zeit noch Und das ja auch das letzte aus dieser Speed ist Und wenn wir das haben Können wir nämlich auch schon wieder zu den Aber auch sehr schön hier gerade Der Streckenabschirm, muss ich sagen Gefällt mir echt gut hier Ähm Wenn wir das fertig haben Können wir ja auch schon wieder zurück zu den Rasern Da sind wir nämlich bei den Cops auch wieder Auf, äh, Stufe 16 Ja, und was macht hier so? Ich kann jetzt gerade nicht viel erzählen Wir werden einfach jetzt da hinfahren Und, äh Dann versuchen da möglichst lange Sprungdauer hinzukriegen Und gut ist das Ganze Und dann sind wir hier in der V16 Haben den, ich glaube, Aventador Kriegen wir dafür Aber ich meine, das ist natürlich einfach schön Mal hier durch die Gegend zu fahren Weil es sieht wirklich toll aus, die Karte Das muss man ganz klar sagen Es sieht verdammt schick aus Und, äh, vor allem auch sehr abwechslungsreich Jetzt haben wir hier wieder Berge Wir haben ja teilweise Wälder Wir haben Schnee Wir haben also so viel Abwechslung Das gefällt mir echt gut Die Karte haben sie sehr schön hinbekommen, finde ich Und der Wagen gefällt mir Also der sieht natürlich zum einen Wow Sieht natürlich zum einen schick aus Ähm, ich habe ja schon gesagt Der McLaren F1, der ist eher mein Typ Der ist einfach ein Klassiker Aber auch der sieht ja ganz schick aus Vor allem von vorne sieht er gut sportlich aus Und trotzdem modern und elegant Und, ähm, klingt vor allem auch hier im Spiel sehr nice, finde ich Und steuert tut er sich gut Also er hat ein gutes Handling Da oben, da oben Moment, den will ich auch machen Da oben ist doch auch einer Den will ich machen Den will ich machen Der ist auch geil So, einmal Vollgas bitte So, dann haben wir jetzt sechs Sekunden Ich könnte das jetzt auch einfach an dem Sprung noch zwei, dreimal wiederholen Dann hätten wir auch die zehn Sekunden voll Aber ich will jetzt noch zu dem anderen Sprung Weil der so weit ist Und, äh, weil wir ja auch noch Zeit haben Der ist jetzt auch nur noch drei Kilometer entfernt Insofern Boah, guck mal, der Wagen schafft auch 360 Hast du eben gesehen, war 360 Immerhin, gar nicht schlecht Gar nicht schlecht Tatü, 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 die Walle-Polizei ist da So, wo ist denn, wow Ne, 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 ne Da kann ich jetzt nicht nach rechts fahren Wer hat das denn erfunden? Wer hat das denn erfunden, dass ich da lang muss? Warum das denn? Wer hat das denn erfunden? Ja, sehr klug spielt Jetzt muss ich auch noch umdrehen Mann, ist ja geil Und das sage ich, obwohl ich eigentlich kein McLaren-Fan bin Aber irgendwie gefällt der mir gut im Spiel hier So, 8,5 Sekunden Das wiederholen wir, äh, jetzt noch ein paar Mal Und dann, äh, ist das auch gut Ich glaube, ein, zwei Mal noch wiederholen Dann sind wir mit der Speed ist fertig Komm, da geht aber noch ein bisschen mehr, oder? Wenn die natürlich hier auf der Strecke stehen, dann nicht Okay, mal schauen, was da noch geht Na, immer noch nicht weiter Aber egal, dann die Aufgabe abgeschlossen Lang hat es gedauert Schwierig war es, muss ich sagen Bisher, glaube ich, die schwierigste Aufgabenliste Vor allem, weil ich am Anfang so Probleme hatte mit den Hotbox-Suit-Rennen Die ja auch irgendwie kacke waren Aber jetzt haben wir es geschafft Der nächste Kommandoposten ist 1,3 Kilometer entfernt Und dann sind wir fertig Wir haben den hin denn wieder gelegt, ey Da musst du 10 Mal hier im Kreis fahren, noch Damit du da mal ankommst Jetzt haben wir es aber, oder? Ja, jetzt haben wir es Okay, endlich Fertig, Leute, fertig War nicht einfach Aber geschafft ist geschafft Außer wenn das Spiel den Server abschmieren lässt Oder es nicht speichert Das kennen wir ja auch alles schon Aber wenn wir die jetzt fertig haben, haben wir sie fertig Und dann kriegen wir jetzt auch den Aventador, glaube ich Erstmal natürlich nochmal ein paar Speedpoints Rang erhöht So, das haben wir alles wunderbar Zeig mal her, bitte Den Aventador So ziemlich der schönste Lambo momentan Wenn ein Lambo in mein Haus kommen würde Dann der in, äh, Matt Weiß Ich bin überlegen Stark wie Granit Gold bei 2, 3 Sternen Events Gold bei 3 Interceptors Gold bei 2 Hoppers Hoots Ja, normalerweise würde ich sagen Hey, wir machen es uns möglichst schwer Und nehmen 2, 3 Sternen Events Das ist ja sonst langweilig hier Gold bei 3 Interceptors ist mehr als einfach Und Gold bei 2 Hoppers Hoots noch einfacher Deswegen nehmen wir natürlich das Schwierigste Weil wir wollen ja auch ein bisschen Herausforderungen haben, oder? Okay, und sind jetzt hier also auch Stufe 16 Beim nächsten Mal gibt's dann bei uns den Aventador Da haben wir ihn Können wir ja schon mal auswählen Wenn der mal nicht nach einem Kampfjet aussieht, ha? Aber nicht jetzt Denn jetzt wechseln wir natürlich erstmal wieder zurück zu den Rasern Ein bisschen können wir da ja noch machen Wir haben ja noch Zeit Und da sollen wir 3 Kops zerstören Genau, da hatten wir ja den Undercover-Kopfwagen Insofern waren wir auch hier mit dem Kopfwagen Und zwar mit dem Königseck Agera Air Und wir haben uns schon ordentlich Speedpoints angesammelt Für den Aventador, den wir dann hier tunen wollen Ich hab mich ja dafür entschieden Dass wir den Aventador tunen Und nicht den Veneno Okay, da darf ich nicht auswählen Nagelwand und Schockraume sind leider vorgegeben Ich muss auch nur 3 Kops zerstören Egal wie Gut, gibt's eigentlich nichts mehr auszuwählen jetzt Dann würde ich sagen Oder kann ich bei dem Achso, ne, der ist Wow, Höchstgeschwindigkeit hat er auf 10 Stärke auf 10 Robustheit auf 10 Was haben wir denn mit dem Auto gemacht? Hör mal Ist ja gehackt hier Ja gut, dann starten wir doch einfach irgendwo Ist doch egal wo Und schauen mal, was sich machen lässt 3 Kops zerstören sollte eigentlich relativ schnell machbar sein Vor allem mit nem Wagen, der da Stufe 10 hat überall Ist ja wahrscheinlich klug gewesen Wenn ich direkt bei Interceptor oder so angefangen hätte Oder Hot Pursuit Dann hätte ich direkt die Kops da gehabt Aber gut Man kann auch einfach ein bisschen im Kreis fahren Dann kriegt man die Sterne schon Bin immer gespannt, wie der Agera Air sich fährt hier Bin ja natürlich mitten in der Pampa hier Ja, aber klingt doch nice, oder? Gefällt mir Nun, wie kommt man jetzt von hier aus am besten an den Kopf? Sehr egal, wir fahren einfach ein bisschen Wir haben ja schon Fahrt mit Stufe 10 Wow, wie der wegzieht Fahrt mit Stufe 6 Alter Geiles Ding Oh, da dachte ich Hey, rammst du mal den Kopf? Irgendwie ist das ein bisschen nach hinten losgegangen Und ich hab im Endeffekt nur den Verkehr gerammt Ja, danke Spiel So, mal schauen Wir machen das mal so Also ich glaube, das wird nicht so schwer werden hier Und die Kopf sind mit am Start Ja, ja Alter, der Wagen zieht ja weg Boah Ist der für Speedhard Nee, nicht entkommen Hallo, aufhören Nicht entkommen Zurück Ah, Leute Ah, der scheint etwas stabil zu sein Weil der da auch so stationär steht So, hab ich den einen jetzt? Jawohl, einen von drei Kopf haben wir zerstört Also wie der mal einfach locker auf 300 geht Muss ich eigentlich mal auskosten, was der kann Einfach mal testen Wenn der Höchstverstätigkeit auf Maximum hat Muss ich das ja eigentlich mal testen Es geht natürlich hier außen eher nicht so gut gerade Aber wir haben Fahndungstufe 6 Wir werden kein Problem haben, wieder Kopf zu finden Ich fahre jetzt gerade irgendwie nur durch die Pampa hier Dann komme ich ja mal wieder zurück in die Zivilisation Was es hier für Aufbruchspisten gibt Meter lang Da sind wir wieder auf der Strecke, okay 350, 360, gar kein Problem Ich wette, der kann auch noch ordentlich mehr Also das ist krass, der Wagen Aber ich darf nicht die Sirene anmachen Schade Als Raser darf ich nicht die Sirene anmachen So, ich wüsste ja gerne mal, was der kann An Max Speed 390 Oh, 410 411 417 Wow Habe ich da gerade 429 gesehen Wow Leute 429 km Was haben die denn mit dem Auto gemacht? Was haben die denn eingebaut? Zwei Bugatti Motoren oder was? Ich glaub's ja nicht, ey 429 km Ach du Scheiße, ihr Kackenschweine Ist der geil So, wir sollen aber noch eigentlich Kopfzerstören Da darf ich gar nicht mal von Abweichen hier von meinem Ziel Aber wenn die natürlich so scheiße fahren Kann ich auch nichts machen Jungs, wie wär's? So, wir haben jetzt hier eine Werkstatt Deswegen fahr ich jetzt einfach hier immer die ganze Zeit rum Und versuch die hier auszuschalten Und damit aber zwei Kopfzerstört Ich leg da weiter meine Nagelwände ab Fahr hier im Kreis Reparier mich die ganze Zeit Damit sollten wir das eigentlich schaffen Fahndungsschufe 7 Ich leg mal weiter Nagelwände Die werden sich das schon gönnen Für oder später Nagelmanntreffer Siehste Und Ja Schon abgeschlossen Und dann sind auch noch Obwohl wir uns nebenbei in Ruhe Mal den Wagen angeschaut haben Und geguckt haben, was der so kann Und ich hab 4 von 3 Leute, da geht doch noch mehr Wir haben doch noch Zeit, oder? Ne, der Part ist zu Ende Okay Ich dachte, hey Mach's doch noch ein bisschen weiter Weil's grad so Spaß macht 5 von 3 Walle der Kopfkiller Ist das ein geiler Schlitten Was der ein Speed hat, ey Wenn der da einmal Nitro durch Hör mal bis zu bei 250 Ohne Probleme Nagelwand Perfektes Nagelwand Wir können eigentlich noch Schön Punkte sammeln 6 von 3 Rasern zerstört Äh, Kopfzerstört Im Endeffekt Könntest du das wahrscheinlich Die ganze Zeit weitermachen Einfach nur hier rumfahren Reparieren Und die zerstören Ich muss natürlich Das ganze auch noch Heile zu nach Hause bringen dann Aber ich zerstör die doch Einen nach dem anderen Nur die Zeit ist halt Eigentlich zu Ende Von dem Part Und Nagelwandtreffer Verfahren und Stufe 9 Wie die fliegen gehen Und 7 von 3 Leute Ich könnte das jetzt Ununterbrochen weitermachen Eigentlich Die hätten keine Chance Die hätten keine Chance Wenn ich die ganze Zeit Mich hier repariere Was wollen die machen Aber irgendwie repariert Er meinen Wagen Gerade nicht mehr Ja, ich muss eigentlich Zu einem Versteck Ich weiß Ich kann gerade nicht Widerstellen Es ist 8 von 3 9 von 3 Alter Ich bin so ein Cop-Killer Guck mal wie die fliegen Gehen Ist das geil Ey Und wir kriegen auch Speedpoints 100.000 haben wir schon Ich fahre noch ein bisschen hin und her Wird dann halt mal längerer Part Da wird sich jetzt nicht mehr viel tun Ich bringe dann nur noch gleich Die Speedpoints zurück Aber ich will noch ein bisschen Was sammeln hier Und noch ein paar Kopf zerstören 10 von 3 Okay Es kann natürlich sein Dass ich jetzt verhaftet werde Weil ich auf dem Auto stehe Nein 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 Oh mein Gott War der Balken voll Habt ihr das gesehen Und warum Weil ich auf dem Auto drauf stand Ich konnte mich nicht bewegen Okay Ich muss dingend in die Reparatur Und wir müssen zum Werk Zum Versteck Wir müssen zum Versteck Okay Ich scheiß drauf 900 Meter in die andere Richtung Ja super Danke auch Tschüss Jungs Schönen Tag euch noch War nett mit euch Hat Spaß gemacht Aber irgendwann muss ich auch mal nach Hause 10 von 3 Also ihr seht 3 waren gar kein Problem Ich hätte auch locker noch 20 zerstören können Oder auch dann einfach mal sich die Kante gönnen Man könnte fast sagen Ich hab mir die Kante gegeben Ha Ja ich weiß Der war schlecht Deswegen hab ich ihn ja gesagt Nein Ich will jetzt kein Kopf-an-Kopf-Rennen fahren Ich hab ein Kopf-Auto Junge Warum forderst du einen Kopf-an-Kopf-Rennen heraus So Das war's War das mal wieder Kopfzerstörerisch Alter Schwede Aber geil Doch So viele Kops So viele Kops habe ich glaube ich noch nie in einer Session zerstört Ich wette Später kriegen wir dann auch so Challenges von wegen Töte 20 Kops in einer Session oder so In 5 Minuten 32 waren wir fertig Haben dann noch ungefähr sieben weitere zerstört Aber macht ja nix Und eigentlich müsste jetzt auch ein neuer Neues Video kommen glaube ich 429,4 kmh Spitze Wow Ich glaube das wird kaum noch einen Wagen überbieten können Aber es kommt ja dann später auch noch der Bugatti Wäre ein Supersport oder so glaube ich Aber ich meine Während der hier natürlich bei der Höchstgeschwindigkeit 10 von 10 hat Müsste das ja eigentlich schon Maximum sein Vielleicht hätte man mit einem Turbo noch Ja 450 rausholen können Aber es wäre schon krass 429 ist schon mehr als übertrieben Naja gut Rang erhöht Und ich glaube wir kriegen jetzt hier Äh Ebenfalls den Aventador Und wie Ist der geil Der sieht wirklich mal aus wie ein Kampfjet Das ist mal ein Auto Das aussieht wie ein Kampfjet Teufel für Teufel Kapitel 7 Der Part wird länger und länger Die Öffentlichkeit ist empört Seit bekannt wurde Dass alle Officer exzessive Gewalt anwenden dürfen Nachdem zuerst Unruhen gemeldet worden war Konnten sie durch verstärkte Polizeipräsenz verhindert werden Insbesondere gilt ein Racer Codename Zephyr Als eine Art Robin Hood Nachdem er ein Polizeifahrzeug gestohlen Und so eine massive Verfolgungsjagd ausgelöst hatte Das ist mehr als nur ein Rennen Wir senden ihnen eine Botschaft Und die Leute Hören zu Meine Präsenz wird ihr Versagen offenlegen Okay Beim nächsten Mal gibt es wieder ein Lamborghini Jetzt haben wir gerade einen freigeschaltet Dann gibt es schon den nächsten Nämlich den Veneno Der ja noch ganz neu ist Und der meiner Meinung nach Nicht so schön aussieht Also der sieht Übertrieben aus Wir können uns den natürlich mal angucken Für mich ist das schon nicht mehr Nicht mehr kunstvoll Modernes Auto Sondern schon zu krass Also wenn ich das Geld hätte Ich würde mir viel eher Einen Aventador kaufen Als ein Veneno Auch wenn der Veneno natürlich seltener ist Ähm Ja Kapitel 7 Teufel für Teufel Und jetzt wird es auch hier kompliziert Auch hier kommen jetzt die dicken Vielen Punkte Und es wird schwieriger Mal gucken Was haben wir denn hier 150 Speedpoints in einer Session Kein Problem 10 Raser von der Seite rammen Kein Problem 10 Raser mit Verfolgungstechnologie Rame treffen Kein Problem 4 Kopf-an-Kopf-Events Naja Okay Das ist etwas schwieriger Ähm 10 Kopf von der Seite Kein Problem Gold bei 2 Autos Kein Problem Gold bei Interceptor Kein Problem 3 Cops mit Betäubungsminen Nicht so meins Fahr schneller als 314 Kein Problem Springe 640 Meter Kein Problem Springe bei einer Distanz von 160 Metern Das könnte Das könnte schwierig werden Erreiche einen 5-fach-Multiplikator Erzähle 12 Treffer mit Verfolgungstechnologie Ja ich würde sagen Wir machen das hier Das klingt eigentlich ganz nett Dann haben wir auch mal wieder Kopf-an-Kopf-Events Die mache ich kaum und so weiter Klingt gut So und ja Ich muss schon lange Schluss machen Wir haben 1,2 Millionen Speedpoints fast Die benutzen wir am Anfang des nächsten Parts Natürlich erst einmal dazu Den Aventador Komplett voll zu tun Aber erst einmal Muss ich cut machen Wir haben es schon viel zu lange gebraucht Euch einen schönen Tag Alles Gute Euer Walle Bye 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 Bye